500 AfD-Anhänger am Wochenende in Bruchsal. Seinetwegen sind sie da. Björn Höcke aus Thüringen, Repräsentant des rechten Rands der AfD. Herzliche Begrüßung von baden-württembergischen AfD-Landtagsabgeordneten wie Christina Baum und Rainer Balzer. Der örtliche AfD-Sprecher gibt den Ton vor. Ist man für den Fortbestand Deutschlands oder dagegen? Es geht um Einwanderung, Moslems, Multikulturalismus. Auch das Thema von Björn Höcke. Er meint, Deutsche würden zu Fremden im eigenen Land und spricht von Staatszerfall. Die Landtagsabgeordnete Christina Baum hier in der Mitte hält nicht nur an der Unterstützung von Björn Höckes Positionen fest. Journalisten der Wochenzeitung Kontext halten einen ihrer Mitarbeiter für einen Faschisten. Ihren Recherchen nach sei der AfD-Mitarbeiter früher NPD-Mitglied gewesen und habe einen rechtsextremen Austausch im Internet gepflegt. So ist zu lesen, dass sich bei so vielen Ausländern ein Holocaust mal wieder lohnen würde. In dem Chatprotokoll, das laut Kontextjournalisten von den Mitarbeitern stammen soll, wird mit Sieg Heil gegrüßt. Für die Rechercheure eine eindeutige Sache. Es wird Verehrung für Adolf Hitler zum Ausdruck gebracht zu Anders Breivik mit Äußerungen, dass er sich einen Bürgerkrieg herbeisehne, dass er Millionen Toten wünsche, dass er auf Leichentanzen und auf Gräbern wissen, pissen wollte, also alles im Zitat. Und deswegen halten wir es für durchaus gerechtfertigt, hier von Neofaschismus zu reden. Es ist nicht das 1. Mal, dass AfD-Mitarbeitern im Landtag derartige Vorwürfe gemacht werden. Mindestens 2 weitere sollen eine rechtsextreme Vergangenheit haben. Grund genug für die Sozialdemokraten, die Parlamentspräsidentin um Aufklärung zu bitten. Wenn extremistische Personen im Kernbereich der Demokratie, nämlich im Parlamentarismus, arbeiten, dann sehen wir da in der Tat auch die Demokratie gefährdet. Und die Wehrhaftigkeit unserer Demokratie muss auch im Plenum, im Parlament verteidigt werden und sichtbar gemacht werden. Das Landtagspräsidium soll sich morgen damit beschäftigen. Die AfD will die aktuellen Vorwürfe gegen den Mitarbeiter bei ihrer Fraktionssitzung besprechen. Das wäre sicherlich dann die letzte Konsequenz, dass die beiden Abgeordneten sich von diesen Mitarbeitern trennen müssten. Und da bleibt die Entscheidung bei den beiden. Und da wollen wir sehen, ob sie das tun. Dafür gibt es bisher keine Anzeichen. Christina Baum hat sich nach den Veröffentlichungen stets vor ihren Mitarbeiter gestellt. Die Vorwürfe seien unbewiesen. Der betreffende Mitarbeiter sehr gut.